Willkommen zurück zu einem neuen und weiteren Part von unserem Pokémon Soulcell Randomizer. Ich hoffe euch geht es allen gut und geplant war das Video eigentlich gestern. Jetzt habe ich wieder Probleme mit diesem. Seit diesem neuen Update von meinem Recorder ist da dieser Knopf der mir tierisch auf die Nerven geht. Genau eigentlich wollte ich ja gestern ein Video öffnen nicht hochladen bzw mein Deutsch ist heute nicht das was es mal war. Eigentlich war es ursprünglich geplant dass ich ein Video hochlade gestern ja habe ich leider verpeilt nur ein Fehler aber okay. Ich hoffe euch stört dieser Kreis da oben nicht dieser halbe du bist doch du bist doch noch jung surfe nicht auf dein Pokémon schwimme gefälligst. Hey 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 bleib mal ganz ruhig mein Freund. Ich hasse Schlappohr. So wird das auf jeden Fall nix Leute. Da muss Nido an den Lachs ran. So wird das auf jeden Fall nix Leute. Da muss Nido an den Lachs ran. Ähm genau was ich noch anmerken wollte ist ich werde heute und morgen dafür ein Let's Play machen. Sprich morgen werde ich noch ein Let's Play hochladen und ähm ich werde mich informieren wie es mit meinem Laden aussieht wo ich meine Pokémon Karten kaufe. Du kleines. Das macht ja extra. Äh ob ich da noch weitere Pokémon Karten bekommen kann. Da wir ja freitags eigentlich Openings machen. Und durch die Verbreitung von dem Covid-19 Virus ist es halt schwer. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Schwalboss kam jetzt. Ein sehr nettes Pokémon an sich. Ja wir machen moderaten Schaden. Wir machen sehr guten Schaden. Ich wollte gerade sagen also wenn das kein Volltreffer ist. Pixi. Sag mal. Du hast auch nur normale Pokémons kann das sein. Du willst doch einfach jemanden einfach nur so richtig schön triggern. Genau mit diesem Duplexi. Hast du's bald? Fünfmal. Hau ab. Oh oh. Ich habe verloren. Ja. So ist das Leben. Mal gewinnt man. Mal verliert man. Mal verliert man. Oh oh. So ist das Leben. Mal gewinnt man. Mal verliert man. ... Schnäppke. Aberào. Moment mal. Route 41. Ich bin so ein Depp. Das ist eine neue Route Leute. Ich hätte hier einfach ein Pokémon fangen können. Ich hasse mein Leben. Hey. Kabuto, warum schwebst du in der Luft schon wieder? Meint ihr, der Absorber tut weh? Ja, der tut weh. Da habe ich mich geheilt. So sieht es aus, Kabuto. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Oh no. Ja, okay. Du gleitest so elegant auf deinem Pokémon dahin. Okay. Ich habe das perfekte Mittel gegen Arbok. Ah, wie lustig. Verteidigung senken. Äh. Aber letztens ging auch dieses runde Ding einfach an der Seite weg. Aber jetzt irgendwie... Naja. Schade, dass ich kein Giftdorn... Oha. Stell dir mal vor, es könnte jetzt Erdbeben. Ich sollte auf, mein Auge zu machen. Ich sollte echt damit aufwählen. Was will ich denn mit Kreides schreien? Oha, das ist eh... Das sind XP für X-Bud. Ich hoffe, du entwickelst dich bald zu einem X-Bud. X-Bud. Ah. X-Bud ist ein X-Bud. Oh. Ciao, Chellast. Wind-Schnitt. Wie hoch ist denn der... Das bringt doch nichts. Wir sind doch... Äh... Nicht, äh... Es hat sich immer noch nicht entwickelt. Schade. Anemonia City ist hier. We can get a Pokemon, guys. And we speak to Suicune. Hello. What's up? Da kommt Eusin. Hallo, Richie. Sag mal, war das eben nicht Suicune? Ich konnte es nicht richtig erkennen, aber für den Hauch einer Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie da Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit Atembrauten, Geschwindigkeit, Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokemon. Ich würde es nur zu gerne mal aus nächster Nähe sehen. Los, lass uns kämpfen. Komm schon, Richie. Menno, ich wollte ein Pokemon in Anemonia City fangen. Jetzt hast du mir alles versaut. Das ist keine gute Idee, Jungs. Aber wir haben Eggman. Der jetzt mittlerweile etwas mehr wegstecken kann. Was mich beruhigt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das wird einfach eine reine EP-Bombe sein für X-Bud. Das wird dir aber auch nichts mehr bringen. Weil ich werde dir jetzt einen Flügelschlag verpassen. Und stellt euch mal jetzt vor, ich würde jetzt verfehlen und er macht einen Volltreffer mit irgendeiner Attacke und bringt damit meinen X-Bud um. Man müsste sich das einfach mal vorstellen. Einfach so. Aber ich habe einen Volltreffer gemacht. Dein Ernst? Nidoran, Nidoran. Und zwischendurch ein Finno Feebles. Okay, wir hauen jetzt eine rein. Nidoran hält schon was aus. Komm, Volltreffer. Sogar auf Ansage. Nice. Nice. Freut mich. Das freut mich. Das finde ich nice. Ja, das war schön. Das war sehr schön. Hier gibt es ein Item. Nee, Greg, ich möchte jetzt komme ich da nicht rein. Greg, ich möchte nicht mit dir telefonieren. Du hast ein Pokémon geangelt. Es ist ein... Um es kurz zu fassen, Leute. Von 493 Pokémons kommt ausgerechnet ein Pokémon, was wir schon gefangen haben. Ist das euer Ernst? Boah, Leute. Ich freue mich schon so dolle auf. Pokémon Schwarz. Zwei Random Eiser. Das wird super. 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 Hey, hey, hey. Du kommst mit. Moment mal. Hab ich nicht dieses... Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier für Pflanzen Attacken. Warum habe ich diesen Superschutz nicht benutzt? Oh, ich bin so blöd. So, bevor wir das vergessen... So, bevor wir das vergessen... Wir haben den Geheimtrank bekommen. Hi. Hi. So, dann müssen wir einmal das Wasser ausmachen. Komm, lass uns kämpfen. Meine Pokémon und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Dieses Band wird niemand zerreißen. Doch, ich werde es jetzt zerreißen. Wer will mich verarschen? Glaubt mir. Der will 27. Wir haben ein kleines Problem. Wir sind untertrainiert. Oh, yes. Das ist unmöglich. Ähm, hier ist es ja gut möglich. Ich muss aber an den roten Hebel. Und jetzt komme ich noch nicht dran. Weltlicher Besitz ist sinnlos. Worte sind sinnlos. Nutzlos. Du lass deine Fäuste sprechen. You want to fight, man? Ich schau mal, wie lange wir noch... Oh, wir sind bei 13 Minuten erst. Oh, jetzt habe ich die Liste wieder runtergezogen. Nicht schlimm. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Ha. Na super. Das freut mich. Ich hoffe, ich bin ein Idiot. Ich hoffe, ich hoffe, es kann keine Drachenattacke. Ultraschall bringt fast gar nichts. Wie oft willst du noch Agilität einsetzen eigentlich? Ich habe einfach mal jetzt so in den Raum gefragt. Das könnte wehtun. Ja, es tut weh. Du rauchst so, ich bist trotzdem schneller. Das bringt dir auch nichts, wenn du viermal mit Agilität dich pushst. Da lasse ich direkt mein Faulist drin. Ah, schwar. Das kann einfach nichts. Ja, das hält was aus. Oh, oh, Entschuldigung. Es kann Tackle und... Oh, war das viel Schaden. Das kann ich es auf. Das war's für heute. Das ist dieser Moment, wenn du begreifst, dass du gegen eine Magnetzone nicht sehr... Oh no! Auswechseln! 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 Das war very knapp, guys! Das war very knapp! Das sag ich euch! Danke dafür! Wetten, die Paraliese wirkt jetzt? Passt auf! Oh! Oh! Stimmt! Das sind ja... Nee, das trifft sogar! Tschüss! Ich hätte Doppelkick einsetzen sollen... Das wird wehtun! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja, ich möchte da dran drehen... Wir werden jetzt einmal kurz unser Team heilen, bevor wir ihn herausfordern... Hm? 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 Einen Moment! Ich komm gleich wieder hart weg! Oder wie du hieß? Ich hab Angst, ein Pokémon da drin zu verlieren... Ich hoffe... Es ist halt so schön, dass es nicht sein Quapo hat... Ich weiß nicht, Quapro war nicht das stärkste so, aber... Ich hoffe es hat ein Pflanzen-Pokémon. Ey, gegen Pflanzen habe ich genug. Jetzt will ich mich verarschen. Jetzt muss ich extra mal an dieser Kurbel drehen. Hätte ich ein Normal-Pokémon, würde ich das auf jeden Fall als erstes einsetzen. Glaub mir. Hua, dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf meinen Hauptdiener regnet. Hey, Moment mal, du kannst nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich bei meinen Training stören. Ich werde nicht eingehen, aber ich bin wirklich ein harter Pokémon. Sieben Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stelle mich. Was sagst du da? Das macht deine Pokémon auch nicht stärker. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Ich habe immer Recht. Hartwig, merk dir... Merk dir eins. Ich habe immer Recht. Ich hab... Leck mich doch, Mann! Ich habe keinen Bock auf Explosionen. Überhaupt. Level 29! Oh mein Gott! Das ist schrecklich! Weg hier! Das ist gar nicht gut, Leute! Oh nein, ich muss... Japp, das hat wahrscheinlich schon die halbe Aufnahme... Ey! Boah! So, jetzt habe ich meinen Niesanfall endlich beseitigt. Wie oft willst du denn bitte Fluch einsetzen? Denn es ist jetzt wahrscheinlich schon noch gepushter, als das OP für Necrozma... Ultranecrozma. Ja, Moin! Oh, jetzt greift er an. Das ist nicht sein... Das ist... Das ist... Das ist scheiße. Das ist richtig groß. Das ist... Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut! Mm-mm. Das ist gar nicht gut. Leute... Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut! Oh mein Gott, was passiert hier? Bin ich... Oh nein. Ey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann es nur verwirren, ich kann es versuchen zu verwirren, aber die Sache ist halt die. Wenn es sich jetzt nicht selbst verletzt, verlieren wir auch noch X-Bud. Bitte, 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 komm. Ich fress meinen Besen. Letzte Chance. Ich brauche eine Feuerattacke oder so. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Leute, das ist überhaupt nicht witzig oder sonstiges gerade. Es ist total, total, total scheiße. Es ist wirklich gerade, gerade an diesem Punkt totaler Mist. Wir haben ein Riesen, ein richtig fettes Problem haben wir jetzt. Ah, was mache ich denn da? Warum bin ich nicht der jetzt? Oh, ich versink gerade. Das hat sich erledigt. Ich weiß nicht, was ich da noch raus muss. Ich mache gar keinen Schaden mehr, Leute. Ich mache gar keinen Schaden mehr. Es ist... Ich habe meine ganzen Pokémons jetzt verloren wegen einem verdammten Registrier, weil diese scheiß Arena-Leiter bei diesen Randomizer nur legendäre Pokémons besitzen. Das kann einfach nicht wahr sein, Leute. Es kann um Himmels Willen einfach nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, Leute. Die Sache ist gelaufen. Ja, die Sache ist gelaufen. Oh, nein, 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 bitte nicht. Leute, ich werde hier einen Cut machen. Ich werde hier einen Cut machen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Das ist ein Witz. Boah, nee. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das ist auch gar nicht lustig oder so. Irgendwie. Es tut irgendwie... Skorko. Ihr dürft entscheiden, ob wir mit dem Team weitermachen, sobald ich das trainiert habe. Was hier kaum möglich sein wird. Ich meine, guckt euch mal das Level an von den Pokémons. Ihr wisst, ihr wisst, nur als kleine Information, wenn wir jetzt diese Pokémons trainieren und schaffen es nicht, hatte ich die Sache erledigt. Wollte ich nur mal so anmerken. Was mache ich da überhaupt? Ich brauche gar nicht zu heilen. Falscher Knopf. Leute, ich mache hier einen Cut. Boah, das war eine Klatsche. Das war eine heftige Klatsche. Also... Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Video hoffentlich hat euch gefallen oder irgendwie unterhalten. Und... Passt auf euch auf. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Ciao.